5 uuuhuhu Aufgeregt 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 Hyped I'm hyped Bitte keine schwulen Geräusche Bogen höhlen Zeit räuch ich beim über Flamme ähm Kommentare beömmeln mhm Soo Bestell Welcher Kreuzer steht bei A? Ich So wie letzte Woche Okay also wir starten genau so ja Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so wie im Training. Ja, doch so, ich halt jetzt bei A bin. Achso, stimmt, ich bin bei B. Ja, da kriegen wir halt. Okay. Und du fragst C, Jan, oder? Nee, da hat der Jose, der dabei steht. So, stimmt, ich gucke, ob ich weiß, dass heute. Jose, falls das wie im Training so ist, dass bei C fast nichts ist, dann versuch bitte zwischen den beiden Inseln zu smoken, weil ich kann von dort aus deren Chapaya eventuell treffen. Ja, zwischen den beiden Kleinen meinst du, ne? Genau, nicht direkt halt dran, sondern so, dass ich noch drüber schießen kann. Ja, okay. Aber wohin? Achso, du warst ja nicht dabei. Ähm, mit deiner Tirpitz hätte ich dich mal... Ich schicke ihn zur gleichen Insel, auch AB. Ja, die... Die NC denn hierhin und du mit deiner Tirpitz nach B rein. Nein, nicht direkt rein. Also reinguckend, also an die Insel heranstellen ganz nahe, ich werde dir dann Smoken plappen nachher. Und die ist die Front Türme nach B, das abdecken können. Heck Türme muss du sehen, wenn das Schweizer mit der Schokaku die Flugzeuge nicht sammeln, gleich rumschicken zum spotten. Genau, die Sturzkampf machen wir longer leer und dann... So, das dabei mal lässt du einfach fortfliegen, damit wir auf jeden Fall wissen, wo die hinfahren. ja war wenn guckt das mit seiner magie bei den schutzkampf immer kommend schon durch oder sie dann genau die wk frei macht das die nc ist es kommt zu zählen eric smoken auch wegen der turpets also ich kann das jetzt eine linie ziehen so muss da auch so hinstellen wie beim letzten war ja wobei du er für a gedacht war ja warte mal als ich mich zu a gestellt habe sind wir so sind wir alle verloren das war dann falsch die fokussene fall dass der befehl war weil stellt euch halt defensiv hin dass ihr euch nach b nachher zurückziehen könnte auf jeden fall dann hinter der insel genau okay guckt dass ihr da drüben bei zehn bisschen druck macht auf die kude suchen die turpets ja ja auf jeden fall an die insel kommen wir erst mal an die sollen jetzt nachher pushen die mich um wir haben zwei caps gleich oder weil die bänzen kommt auch noch zehn ja ich trau da warum sitzt ganz gut ich trau da rein so akkusmog die flog ist in welche richtung sonst sehe ich ja so wie kannst du mal spotten bitte er macht so dann kann ich die tipp oder sind smoke an diesen smoke wasser auch für den smoke da rein ja von den bänzen wie gesagt ja da vorne versucht er bei c ein bisschen druck zu machen auf die war also kein johle sondern aber der tippe zart gelöscht wenn ihr auf die drauf kriegt die brennt doch schon noch das prinzip auf da ist die job bei sechs kilometer in der insel was sagt der smoke jose in 13 sekunden fängt er auf hinten sich aufzulösen hast noch 42 bis komplett auf ist was er guckt dass nachher rechtzeitig die türme drehst wenn die hier über a pushen dass du dann empfangen kannst und alex pass auf ich will nicht dass ich gleich treffe hast du topst ready für den ebay kürz ist weg kümmert euch um die um die flotte bei b c die bei a warten noch viel zu lang viel zu passiv schön gut damit das war es soll ich dreh die türme schon mal zu spotten die kürz wird wahrscheinlich gleich kein nebel mehr haben wir sollten die kürz vorsicht gehen nach vorne da ist gut zu sein kürz ist offen ja drückt berth pass auf dass du mit der margit da nicht zu viel breitseite nach zeigst ne also bleibt noch vielleicht am besten hier hinter der insel so nebel in 30 sekunden war wenn ich ziehe ja dann hält noch 30 sekunden mein nebel die fangen an zu pushen bei a ja marcel dreht schon mal die türme dass ihr euch mal in die richtung stellt ja warte marcel musst du dann gucken dass du mich nicht blockierst ne wenn ich mich dann zurückziehen ja hier wird euch um die kürz ich kann ja immer noch nach b rein fahren ich fahre mal ein stück zurück ich mach jetzt auch die wände und mach einen neuen smoke ja ich würde nicht zurückfahren marcel da wird der tors kommt von der tors kommt ja ja guck dass du ein bisschen vor sonst lieber nachherst ja ich fahre nicht davor ähm akku kannst du einen neuen nebel gleich legen meiner begriff aufzulösen jetzt dann und dahinter die insel dann mehr dass sie halt in sich in decken stehen wo kommen denn die ganzen tors wohl schnell ist hier ziemlich zügig gerade aber erstmal in den nebel wohl nur rein da kommen auch nochmal tors ich mach bei c jetzt mehr druck da gib gas gib bei c gas gib bei c gas was ist die andere benson toby mhm türme drehen gib bei c ja schon gas da jetzt oh ich bin gleich offen die hat äh torpedos gefressen damage von die nc da hinten toby ich ziehe einen neuen smoke ich gucke dass ihr die fackelt gräutiger eric und der macht ich muss jetzt hier langsam morgen ja ich musste halt weg das war das problem Marcel du stehst da komplett scheiß wenn da tors kommen ich stehst übelst seitlich zu denen du musst da guck dass du vorfahren kannst nach den beziehungsweise ja ich wollte ja aber ich war natürlich schnell ich sollte aber grad nicht zurückfahren war wenn ich smote und dann smoke ich dann muss das blocken jetzt statt auf den smoke Argo top ne ne erst wenn ich gegner sehe wenn du wenn du hier bei uns bleibst dass du halt direkt smoken kannst weil wir den halt brauchen ich konnte jetzt auch nicht smoken das ist ich muss jetzt erstmal das langsamer machen damit ich ein bisschen von meine Heels also mit meinen Heels ich bin Gas da hinten Jose ich hab Gas gefasst bei c ja Marcel ja hat einer von euch noch defensives Schlagfeuer ready? komm grad torper mal nein nc habt ihr sehr gut ich torper auf die Bismarck gleich ich auch also jetzt nicht da nicht weiter zurück kann Schlagschiffe genau guck hier Andre guckt dass er die anfliegt einwandfrei bleibt auf jeden Fall da nicht rauspushen bleibt in eurem Nebelchen da stehen kann nebeln wie siehts aus dahint ist die Alabama äh ja 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 ich wollte auf jeden Fall nebeln ok dann bitte fahrt beide rein da sind kaum noch Schiffe jetzt also ich bin komplett nach vorne pusht auf der C Seite ruhig ja ja noch die Chop HFT Alabama so ich fahre hier ein bisschen wir verlieren jetzt hier keine Schiffe mehr ne naja ich bin fahrt ein bisschen nach vorne fahrt ein bisschen nach vorne mit den Schlagschiffen oder beziehungsweise rückwärts glaub's nochmal Alter schon wieder ich bin durch Radhaffen müsste also gleich aus sein da ist irgendwas für ein Starker Flach fahrt ja vorwärts soll ich mit Jan a pushen ne ja gut können wir ein bisschen machen ja die Alabama hält doch was an macht keinen macht keinen untilligen wir waren ne rückwärts breitseite vor Chevron hier raus die C-Truppe kann ein bisschen pushen wir warten hier wir brauchen noch nicht pushen wir sind hier im Nebel und wir können hier Alabama beschießen Nebel rum geht er einfach hier vorne wird gerade Nebel gesetzt weiß nicht was die Schiffe Heifitz einen vorhat die gibt wieder vorwärts Gas auf jeden Fall ja die Pärren sind weg aber ein Torp würdest du wohl fressen oder zwei oh du hast was anderes getroffen mhm die Benson die Benson der Bärmer kriegt einen Treffer und der Bärmer kommt auch wieder ab da ist die Benson boah aber die Benson ist tot ja schön nichts zu riskieren spielen wir jetzt sicher runter oh die Bärmer ist zu dachte ich darf trollen ist auch der Timer vom Smoke, Jose in 8 Sekunden fängt er auf sich hinten aufzulösen das ist noch ein bisschen Zeit 8 Sekunden nicht wirklich ach so von hinten das heißt vorne ja ich auch 30 Sekunden ist dann vorne weg mhm Jan ja du kannst theoretisch Smokern und auf ihn schießen ich fahr zurück weil die C-Truppe hier ich bin in Radarreichweite du bist ja noch voll und Radar hat er gezündet oah free 30 bis 20 Punkte noch auf linksende ohne zu detonieren ohne zu detonieren Feuer auf dich dabei komm da fliegt die Ziele schön fuck du Snacker schön easy oh